Das ist Tabitha. Die 30-Jährige arbeitet bei Stimulation, einem der Top 100 Startups in Deutschland. Startups liegen als Arbeitgeber voll im Trend. Vor allem jüngere Menschen träumen oft von der Arbeit in solchen aufstrebenden Unternehmen. Der Umgang ist locker, die eigene Meinung zählt und Aufstiegs- und Karrierechancen sind oft schier endlos. Heute steht Tabitha vor der Kamera. Um den wachsenden Bedarf an Fachkräften, vor allem auf dem Land, decken zu können, wird gerade ein neuer Werbespot produziert. Auch für Tabitha aufregend, denn als Assistentin der Geschäftsleitung hat sie zwar Einblick in alle Bereiche, im Normalfall arbeitet Tabitha aber eher im Hintergrund. Als Exekutive Physiisten bei Stimulation bin ich eigentlich in allen Bereichen eingebunden. Ich stehe im direkten Austausch mit der Geschäftsleitung und bin eigentlich Ansprechpartner für das gesamte Team. Weil wir immer weiter wachsen wollen und neue Mitarbeiter einstellen wollen, drehen wir heute einen Werbespot. Und genau daher nehme ich euch jetzt mit hin. Produkte von Stimulation findet man mittlerweile in über 35 Ländern. Dabei ist das Unternehmen noch jung. In gerade mal fünf Jahren hat sich das Start-up aus Lohr am Main zum Marktführer im Bereich Premium-Shishas entwickelt. Um so ein Wachstum stemmen zu können, braucht man kontinuierlich neue Mitarbeiter. In Zeiten von Fachkräftemangel für die meisten Unternehmen kein leichtes Unterfangen. Anders bei Stimulation. Vor allem in den Bereichen Logistik, im Marketing, aber auch im kaufmännischen Bereich ist bei Stimulation künftig Platz für neue Kollegen. Weil wir uns in unserem Team regelmäßig austauschen müssen, beispielsweise über die Entwicklung oder über unsere neuen Produkte, sind unsere Team-Meetings ziemlich wichtig für uns. Und genau so ein Meeting stellen wir heute nach, damit man es auch später in unserem fertigen Werbespot zieht. Wir sind jetzt hier in der Produktion. Hier werden die einzelnen Teile unserer Produkte hergestellt. Wir legen extrem viel Wert auf Qualität. Und wir drehen jetzt hier eine kleine Qualitätskontrolle. Okay, hier sind wir jetzt fertig. Die Filmcrew packt noch ihre restlichen Sachen zusammen und morgen geht's weiter. Der nächste Tag. Als erstes steht heute ein Dreh im Studio an. Wir sind jetzt im Filmstudio. Hier werden die Foto- und Filmaufnahmen von unseren neuen Produkten gemacht. Das ist eigentlich immer ganz spannend, vor allem wenn man am Ende das Ergebnis sieht. Weil das Thema Marketing ein sehr wichtiger Bereich in unserem Unternehmen ist, stellen wir natürlich auch hier neue Mitarbeiter ein. Und deshalb habe ich jetzt Yannick neben mir. Und unsere nächste Szene ist jetzt die Post. Das hier ist ein gutes Beispiel, warum mein Job als Stimulation mir so viel Spaß macht. Ich habe eigentlich jeden Tag neue Aufgaben, mega viel Abwechslung. Und natürlich macht es mich auch ein bisschen stolz, in einem Unternehmen zu arbeiten, was in seinem Bereich einer der Marktführer ist. Ein normaler Bürojob, bei dem ich jeden Tag das Gleiche machen würde, wäre für mich nichts. Ich brauche schon ein bisschen die Herausforderung. Ja, es geht mir genauso. In dem Marketing zu arbeiten ist einfach mega. Vor allem wenn du weißt, dass die Leute genau hinter dem stehen, was du machst. Und wenn der Kunde am Ende dann noch begeistert ist, das Gefühl ist einfach der Hammer. Okay, hier sind wir jetzt fertig. Und jetzt geht es zur nächsten Location. Wir sind jetzt hier in einem Club, der unsere Produkte einsetzt. Und natürlich schulen wir unsere Gastro-Kunden auch, zeigen worauf es ankommt, wie man unsere Produkte am besten den Gästen präsentiert, damit sie begeistert sind. Und genau das filmen wir jetzt. Das Schöne bei Simulation ist, dass man nicht immer nur an die ABA denkt, sondern auch einfach mal abschalten und genießen kann. Wir sind jetzt fertig und euch viel Spaß mit dem Film. Alle fragen mich ständig, wie ist es eigentlich in einem erfolgreichen Start-up zu arbeiten? Vor allem in der Region Lohr am Main. Was soll ich sagen? Für mich wäre ein normaler Job viel zu langweilig. Es ist die Abwechslung, die ich brauche. Und deshalb arbeite ich bei Stimulation in Lohr. Wir sind nicht nur Marktführer, sondern eines der Top 100 Start-ups in Deutschland. Und weil unsere Produkte gerade weltweit voll durch die Decke gehen, hast du jetzt die Chance, dir deinen Platz im Stimulation-Team zu sichern. Wenn du in den Bereichen Logistik, Marketing oder am Kaufmännischen arbeitest oder ganz einfach mehr willst, als dein jetziger Job dir bietet, bewirb dich online auf jobs.stimulation.de. Also, merkt ihr einfach. Jobs.stimulation.de Ich bin Tabitha und das ist meine Story. Ich bin Tabitha. Ich bin Animal. Ich bin Tabitha und das ist meine Story. Ich bin Tabitha und der Kommisalo.